Hallihallo und herzlich willkommen zu Couchsnoobs. Couchsnoobs? Du hast sie verkauft? Fantastisch! Dann teilen wir nun meine Chattel-Rubinne für die Fruchsmaske! Bezahlung erhalten! Möchtest du eine Chattelmaske leihen? Ja? Die Chattelmaske! Ja! Trag ich dich mit Hälscher um andere zu schrecken, du fühlst dich wie ein böses Monster! Ja? So wie ist es? So und nicht anders! Wen wollen wir jetzt erschrecken? Da bist ja ein Bösser-Bösser-Junge! Da bist ja ein Bösser-Junge! Das machen wir aber jetzt noch nicht weiter, wir gehen jetzt weiter im normalen Spielverlauf! Ahhhh! 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 Wir wollen ja noch den dritten Stein, um das Heilige Reich zu betreten und den Ganadorf daran zu hindern, das Heilige Reich zu betreten! Ja, da regt sich ja was in meiner Hose! Wirklich? Nein! Warum nicht? Weil ich nicht auf drei Heilige Steine stehe! Du stehst eher auf die doppelten Heiligensteine? Nein! Ich stehe auf die drei Heiligen Drogen aus dem Morgenland! Was? Gold, Weihrauch und Myrrhe! Achso! Das kann man alles rauchen! 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 So! Couchnoops und die High-End-Media-AG unterstützt keinerlei Aktivitäten! Übermäßigem Drogenkonsum! Keinerlei Drogenkonsum! Übermäßigem Drogenkonsum! Und nicht das Kaufen von Leuten! Leute, geht's raus und kauft's Leute! Das ist so wahr! Ich wurde darüber informiert, von meinem lieben Kollegen, dass Leute kaufen nicht okay ist! Nein! Geht nicht raus und kauft Leute! Leute! Leute, andere Leute zu kaufen ist nicht okay! Abgesehen davon, gibt's... Ich mein, Menschenhandel ist generell nicht lauernd! Hallo, Grau! Sieht's aus, wirst du erfahrener und kräftiger geworden! Grau! What's good! Grau! Direkt vor dir liegt Zoras Reich! Die Zoras dienen der Königlichen Familie von Hyrule! Grau! Und bewachen dieses Gewässer! Grau! Ist das der Wassertempel jetzt? Nein! Das Tor zu ihrem Reich öffnet sich nur bei den Abgesandten der Königlichen Familie! Grau! Grau! Ich kann nicht lesen! Spiele vor dem Portal ein Schlaflied aus der Überlieferung der Königlichen Familie! Grau! Grau! Na ja, ich hab eh nur 3 Liter zu aus, weil du Penner! Ich hätte schon herausgefunden welches das ist! Ganz ohne deine Hilfe, du Heißel! Also grundsätzlich, Menschenhandel ist nicht cool! Ich sag gar nicht, dass es Menschenhandel ist! Du sollst Leute kaufen! Ja! Das heißt, du gehst zu anderen hin und sagst, hey, prostituier dich mal kurz! Fuck! Ja! Entschuldigung, ich hab das gerade nicht mitbekommen! Was wollen sie mir sagen? Das heißt, du willst keine anderen Leute kaufen und sie dann besitzen, sondern du willst sie nur zeitweilig mieten! Ja! Anstellen! Anstellen! Das heißt, du willst quasi Leute für dich prostituieren! Übrigens, wir haben ja von der Fee eine neue Schwertfähigkeit gelernt! Das ist übrigens die da! Indem du ihnen Geld gibst und sie ihre Zeit mit dir verbringen! Das hab ich so nicht gesagt, glaub ich! Naja, anstellen! Es ist im Endeffekt wie Prostituation oder jede andere Arbeit! Du kriegst Geld und deine Zeit wird beansprucht! Ein paar Wunder, ihr habt's ihnen gefällig! Sie gehen nicht besonders gut! Wie wär's mit 10 Rubine? Das Stück! Fertil Rubine sind ein Schnäppchen! Was? Vor allem sind Wundererbsen! Checkst du das? Mein Magen! Das sind verfickte Wundererbsen, Mann! Aber wir haben ihn jetzt nicht für Zauberbohnenleinen geblasen! Nein, wir haben ihn nicht für Zauberbohnenleinen geblasen! Was wir allerdings schon machen ist, wir pflanzen da jetzt die Wundererbsen ein! Und flibbidiwupp, da wächst was! Wir kaufen gleich neue Zauberbohnen, weil wir jetzt wieder einen Slot dafür im Inventar bleiben! Ah! Ein paar Wundererbsen gefällig! Sie sind noch nicht so beliebt! Wie wär's mit 20 Rubine ein Stück? Das ist schon ein bisschen Wuche, wenn ich darin bedenke, dass ich vor 5 Sekunden für 10 Rubine eine gekauft hab! Ne, jetzt wachsen irgendwie meine Pflanzen! Ein paar Wundererbsen gefällig! Sie werden langsam beliebter! Ja, weil ich sie kauf! 30 Rubine? 30 Rubine ein Stück! Wie wär's? Das ist ziemlich eine Halsabschneiderei, du Heißel! Ah! Es gibt ne Menge Worte! Ein paar Wundererbsen gefällig! Sie gehen weg wie warmes Himmel! Fertig, Rubine ein Stück! Äh, nope! Kann ich mir nicht leisten, du Heißel! Das ist Highway Robbery! Was ist er für ein Halsabschneider? Das ist ein ziemlich guter Businessman, wenn du mich fragst! Schon eigentlich! Der weiß wie Supply and Demand funktioniert, ne? Ja, es... So! Damit wir da nicht mit unseren Böhnchen rumrennen! Basic, ähm... Economics? Nein, nein! Da gibt's ja diese... Ähm... Gibt's ja diese... 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 Diese Bilder, diese Basic... Oh Gott! Ich bin ein Heißel! Oh Gott! Bin ich scheiße! Wirklich! Müssen wir dazu da raus? Ne, müssen wir nicht! Oh meine Fresse! So weit! So weit! So weit! So weit! Aber... Da können wir vielleicht noch ein paar Rubies mitnehmen! Ruby, 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 Ruby! Ahhhh! 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 Das ist immer scheiße, wenn man aus dem Lied nur ein Wort kennt! Ahhhh! 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 Alles klar, Herr Kommissar! Ja! Ahhhh! Biyaaach! Ich kann fliegen! Bitch! Ich hab'n Huhn! Um... Ich hab'n Huhn und weiß es zu verwenden! Biyaach! All hail de Otsku! All hail dem allmaity Otsku! Hui! die auch die Kronen Gau die Jörg die Kiki die Tukki der Wesen gestellt dass die die Kiege und Tukki Tukki nichts zu tun was das ist der Tete der Tete Prozent so jetzt wieder mit dem Schmier anfangen zum Leben mit dem Schmier anfangen Mien nein bitte nicht haben in dieser Serie schon Derjenige, den wir jetzt spielen... Das ist, wie die Welt funktioniert! Ähm... Haben wir das Hühnchen weggeworfen? Ich glaube... Ich glaube, ich hatte einen Hass auf das Huhn und den hätte ich nicht ausleben sollen. Warum hasst du das Hühnchen? Ich weiß es nicht so genau. Oh, du bist scheiße! Ich bin so scheiße! Du bist ultra scheiße! Keine Sorge, wir kommen da eh noch öfter vorbei. Das war nicht das letzte Mal, dass wir den Weg gelaufen sind. Egal. Wie? Ach... Ja, ich weiß! Ich spiele das jedes Jahr, ich kann das so aussehen. Fuck me, right? Ja, fuck you, wirklich. Zoras Reich. Und wer ist dieser Zora und was macht der in meiner Wohnung? Die Zoras sind ein Volk. Aus stolzen Kriegern. Eigentlich nicht, eigentlich sind sie Fischmenschen. Fischmenschen? Ja, Fischmenschen. Wie diese komischen Wissen, die... Murlocs. Nein, das sind keine Menschen. Da gibt's diese anderen komischen... Ja. ...Fischwesen. Panda. WoW. Ali. Staat. Dingsen. That doesn't ring a bell. Ich mein ja, ich weiß was du meinst, aber... Ich tue jetzt einfach mal so, als wäre ich uuuh cool und würde zu einem Bullshit wie WoW nicht spielen. Ja. Ja. I'm too cool for that. Er sagt der, der die letzten zwei Wochen nix anders gemacht hat, als man zu vorne. Ah, ah, ah. Bing, bing, bing. Huiiii. Huiiii. Sie sind deshalb so böse, weil sie kein... kein... kein Licht hier drin haben, weil sie nichts sehen. Ja, ich... ist sie nun... vielleicht ist ihnen kalt? Schon mal daran gedacht? Vielleicht ist ihnen kalt. Vielleicht aber auch nicht. Uuuuh, ich zünd Fackeln an. Yay. Ich bin der Beste. So. Irgendwo fehlt mir noch einer. Aber wo? Aber wo? Wo? Frag ich sie. Wo? Ah. Weil die wieder ausgehen, deshalb. Wie kennen sie sich bitte ins Knie. Das muss schneller gehen. Das muss noch ein bisschen schneller gehen hier. Ah. Da muss mehr Luft dran. Da muss mehr Luft dran. Oh man. Das geht sich nicht aus, oder? Warum? What the fuck? Sag einmal, übersehe ich was? Es brennt eh. Ja. Irgendwas übersehe ich. Ich glaube da unten. Da unten ist nämlich auch noch eine, wenn ich mich nicht komplett irre. Eins, zwei. Muss noch irgendwo einer sein. Da ist noch irgendwo was. Da ist noch was, was ich graviere ins Übersee. Ähm. Ja. Ich hab keine Ahnung was hier... Warum müssen wir die Fackeln anmachen? Ja, weil nicht angemachte Fackeln immer indizieren, dass wenn man alle Fackeln anmacht, alles gut wird. Aha. Hm. Das ist so. Und warum reden wir mal nicht mit den Leuten hier? Ah. Weil ich die Gespräche mit den Leuten schon tausende Male geführt hab und jetzt erstmal noch nicht mit denen reden. Ja, das mag schon sein. Ja, das mag schon sein. Mit dem reden wir jetzt. Die schauen aber aus wie Aliens und nicht wie... Tauchspiel. 20 Rubine. Na das ist sicher. Oh, Entschuldigung. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Wuii. Wir sammeln Rubine. Wir müssen die Rubine in eine bestimmte Zeit sammeln. Rubine. Ich hasse. Das ist ein Tauchspiel. Ach Gott. Das müssen wir machen. Warum? Weil wir das Tauchspiel gewinnen müssen. Wuii. Bestimmt zu uns vertrauen. Ja, vor allem Ur... Das ist... Das zeigt wieder Kindern, wie gut es ist, irgendwo runter zu springen und nicht zu wissen, wie tief das Wasser da ist. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Das ist vielleicht 1,50 Meter tief. Wenn du davon... Keine Ahnung, wieviel waren das? 20 Meter. Nein, 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 nein. Runterspringst. Wig, 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 wig. Einer noch, oder was? Ich glaube, einer ist es noch, weil ich habe Rufenzeit. Aber ich glaube, ich muss in der Bestzeit schaffen. Das ist ja nicht das Problem. Gratuliere. Ich habe etwas Tolles für euch. Holt es euch ab. Okay, gut. Holst du auch, Herrs? Das ist okay. Ich muss es mal raten. Sind die Leute da hinten? Oh... Holst du auch! Ich würde sagen, was das... Wie ein tolles Ding ist... Was wir kriegen? Das sehen wir mal nix. Eine Episode. Wahrscheinlich. Möglicherweise. Maybe. Let's see. Ciao, Baba. Ciao, Baba.